Es ist das berühmteste Bild eines Panzernashorns, obwohl der Künstler Albrecht Dürer selbst nie eins gesehen hat. Er kannte das nur aus Berichten und einer Skizze. Ich mal ein Nashorn. Hä, aber du weißt doch gar nicht, wie eins aussieht? Bah, das checkt niemand. Tatsächlich dachte man über 200 Jahre, genau so sähe ein Panzernashorn aus. Dabei ist vieles nicht korrekt. Zum Beispiel die Beine sehen ja aus wie Kettenhemden und auch dieses Horn im Nacken gibt's gar nicht. Ja, ein Horn mehr oder weniger, mein Gott. Tatsächlich ist Dürers Holzschnitt aber gar nicht so weit weg von einem echten Panzernashorn, die wirklich aussehen wie Dinos. Damals kam das 1515 in Portugal an und war eine echte Sensation, denn seit der Antike hatte man sowas in Europa nicht gesehen. Ihr kennt das Nashorn sicher aus der Schule, weil ihr darauf irgendwelche Muster malen solltet. Heute habe ich eine tolle Aufgabe für euch. Und zwar, ihr malt unkreative Kringel. Schade, denn es ist eigentlich ein echt spannendes Werk.